ich jetzt rennen aber erst mal kackpratzen hunde weg da weg da ich will euch nicht so so ziemlich hier auf dem platz gab es auch noch einen wahnsinns geilen mod der war irgendwo hier irgendwo in der nähe es war ich denke es war hier nee es war nicht hier es war weiter vorne doch mit du musst einfach bei mir bleiben hier war es schnauze ja hier war's was ist hier das malboro haus habe ich den ort noch installiert ich glaube das spiel spinnt total was haben wir hier hallo zieht gehen genau hallo zieht gehen den brauchen wir auch noch aber ich gehe da immer hinten rein weil ich keine lust habe durch den ganzen kack da durch zu laufen gibt es für diesen einen auftrag bring dem laberlabo ein dingsbums damit er neue droge machen kann und den muss man hier drinnen holen und hier wäre der eingang aber da muss man sich durch den ganzen komplex bereich durch kämpfen oder schleichen und weiss nicht was und also nur um am schluss da rauszukommen wo die kiste steht die kiste man kann aber hier auf der seite durch also mpcs lösen das nicht aus also manchmal frage ich mich echt hier ist der hintereingang aufsperren paar schritte rein und schon hat man diesen blöden behälter den man besorgen muss und für die volt 88 gibt es ja auch noch eine aufgabe erholt diese unterlagen für die blöde olle braze batlow batow diese unterlagen sind auch gleich hinter der tür in der kiste drin die maier noch schnell bei diesen deppen vorbei dankeschön hier gibt es dann eine aufgabe oder besser gesagt eine mission kann ich hier schlafen scheiß dreck ok und hey hier drüben diese eine büchse ich denke eine brille reicht doch oder raketenwerfer habe ich auch noch ok hier geht es hier geht es hier geht es hier hier Wie ist er jetzt? Ey, was ist jetzt das wieder für einer? Treff ich nicht, oder? Komm! Der nächste ist oben. Du gibst nicht auf, was? Komm zurück, ich hatte gerade voll den Spass! Mir egal, ich gehe jetzt weiter, ich will zu Kate! Was ist denn los? Blöder Ast! Komm! Komm! Doggy! Midi! Wo lauf ich hin? Hey, der blöde Saftsack heilt sich immer! Oh, das ist die Obe! Komm raus! Dann mach ich's kurz und schmerzlos! Glaub mir! Ja, das wackelt ein bisschen! Oh, oh! Oh! Blöde Scheisse! Hey! Ich habe mal das Fusion-Gebäude gefunden! Ach komm! Da gehen wir doch nach! Schon wieder überladen? Gibt's denn sowas jetzt? Komm! Komm! Warte da! Wir stehen so... Ja, Schnauze! Das Tor! Was soll ich denn gleich? Was soll ich denn gleich? Ähm! Moment Nicht kopflos rumrennen Hier geht's nicht Wie war das schon wieder? Hier Arschlöcher Okay, wir kommen und müssen an dem vorbei Ich muss nicht immer auf den Plan schauen Wir haben so ein scheiss Gedächtnis Wir finden das schon So, hier geht's nach Norden Ja, hier ist halt schon die Wackeleinheit Okay, hier sind wir bei der netten Familie Halt ruhig Capets Okay Wieder retour Der Ghoul kommt dann schon noch irgendwann Wo waren wir jetzt gerade Hier Ist da was drin? Oh ja Hier ist die Zeitungsfirma Hier ist Was für Fusion Und Ja, auch Klar Ob ich da noch was Schau mal an Schau mal an So Jetzt geht's Schult Nach Nach Good Neighbor Dann schauen wir hier noch rein Und Erschießen Den da Und den Und dann machen wir mal Rast In Good Neighbor Da geht's Eigentlich Nicht Mehr Weit Äh Dogmeat Blöder Arsch Bewegt Sich Wieder Nicht Hey Komm schon Nix Gefunden Jetzt Komm Bewegt